So, wir waren jetzt in Guanacaste, der trockensten Provinz Costa Ricas und dort sind wir durch die trockenste Region gefahren. Hier endet langsam Guanacaste. Man sieht, hier ist noch Guanacaste, das Gras ist selbst in der Regenzeit noch so bräunlich gelb. Und da hinten, wo sich die Wolken auftürmen, geht es über den Gebirgskamp zur Karibikseite. Dort wird das Wetter wohl ganz anders sein. In der Trockenzeit stehen irgendwo an der Kaste, auf den grünen Wiesen natürlich die Rinder. Wir haben ja keine Trockenzeit. Ich meine natürlich in der Regenzeit.